Hallo ihr Lieben, in meinem heutigen Video geht es um dieses schnelle Alltags-Make-up, was euch einfach frischer und jünger aussehen lässt. Hier dreht sich alles um Glow, Natürlichkeit und strahlend helle Farben. Alle Produkte, die ich verwende, verlinke ich euch natürlich in der Infobox. Okay, viel Spaß! So, als allererstes nehme ich ein Make-up, was ich mit Glow Fluid zusammengemischt habe. Dadurch deckt das nicht ganz so stark, was ich auch möchte. Ich möchte ja natürlich aussehen und ich bekomme halt gleich einen schönen Glow dazu, denn das ist ja im Grunde genommen das Geheimnis für jugendliche Haut, dass sie so einen perfekten, wunderschönen, natürlichen Glow hat. Mit dem Pinsel aufgetragen ist das absolut super, denn wir brauchen nicht viel Produkt und es sieht sehr natürlich aus. Auch die Augen nicht vergessen. So, ihr seht, meine Haut scheint absolut durch. Das möchte ich auch, denn das macht die Natürlichkeit aus. Cakey mit viel zu viel Produkt, setzt sich leider Gottes immer sehr schön in Fältchen ab und das wollen wir auf gar keinen Fall. Den Hals bitte nicht vergessen, ganz wichtig. So, damit sind wir auch schon fertig. So, als nächstes Concealer. Den gebe ich nur hier in die Innenseite beim Auge, sonst nehme ich überhaupt keinen Concealer. Nur da hat man normalerweise die dunklen Stellen. Weiter außen bitte keinen Concealer nehmen, denn weiter außen am Auge haben wir einfach schon, manche zumindest von uns, kleine Fältchen. Und da setze ich der Concealer einfach rein. Deswegen nur da, wo er wirklich gebraucht wird, benutze ich ihn auch. So, dann einmal aber nur wenig Puder, sonst nehmen wir uns den ganzen Glow wieder weg. Aber wir wollen ja die ganze Sache etwas setten, denn einmal am Tag schminken sollte reichen und hiermit schaffen wir das dann auch, dass das mega fällt. Als nächstes gehen wir mal zu den Augenbrauen. Ich nehme einen Augenbrauenstift, ich drehe mir mal einen Spiegel, so. Einen Augenbrauenstift, das geht für mich am schnellsten und am einfachsten und sieht natürlich aus. Dadurch habe ich keine Balken, sondern betone einfach nur die Augenbrauen etwas, denn die Augenbrauen sind ja nun mal der Rahmen des Gesichtes und dementsprechend sollten wir sie auch betonen. Nur eben bitte keine Balken. So, ich finde das geht eben alles super schnell mit solchen Stiften. Noch etwas nachbürsten. Und damit haben wir es doch schon. Als nächstes nehme ich etwas, was eigentlich ganz aus der Mode gekommen ist, was ich aber super finde und zwar Kajal. Den trage ich zwei Drittel des unteren Augenlides auf. Der betont das Auge nochmal etwas und vergrößert es. Und dann, weil ich faul bin, mit den Fingern aufgetragen, meinen hellen Lidschatten auf das bewegliche Lid. Ich nehme hier schimmernden Lidschatten. Ich weiß, man sagt, ab einem bestimmten Alter sollte man das nicht tun, aber ich habe verhältnismäßig tief liegende Augen und so sehen sie einfach besser aus. Genauso mache ich das unter der Augenbraue. Auch da betone ich ruhig mit etwas schimmerndem Lidschatten. Der bleibt ja in einer sehr natürlichen Farbe. Ich finde, für mich ist das einfach die schönere Lösung. Und deswegen mache ich das auch. Dann nehmen wir noch ein bisschen dunklen Lidschatten in die Falte. Aber auch da bitte nicht zu viel. Das soll ja alles natürlich sein. Das verblenden wir gleich natürlich noch. So. Das ist alles kein Hexenwerk und geht super schnell. Als nächstes natürlich ganz wichtig Eyeliner. Ich nehme flüssigen Eyeliner. Das ist alles so eine Geschmackssache. Ich finde aber, da ist die Farbe sehr schön intensiv. Deswegen mag ich das sehr. Man muss ein bisschen üben, klar. Aber das kriegt man gut hin. So. Als nächstes haben wir schon Mascara. Ich nehme für das ganz normale Alltags-Make-up auf keinen Fall Fake Lashes, sondern bleibe bei Mascara. Das reicht mir vollkommen. Denn es soll ja alles natürlich bleiben. Ich nehme noch ein bisschen ein bisschen hellen Lidschatten-Highlighter. Nicht viel, nur alles in Maßen. Damit haben wir die Augen schon fertig. Kommen wir zum Bronzer. Ein bisschen Bronzer im Gesicht ist einfach schön. Gibt uns ein bisschen mehr Farbe. Ich habe hier Matten. Das finde ich auch besser. Weil wir haben ja sowieso schon ziemlich viel Glow im Gesicht. Dann reicht es hier, einen Bronzer zu benutzen. Ihr seht, das ist alles super schnell. Dann kommen wir zum Rouge. Schön hoch ansetzen. Natürliche Farben. Ich habe hier von MAC Melba. Das ist ja so ein Produkt, was fast jeder von euch wahrscheinlich kennt und was einfach super natürlich aussieht. So. Wer noch ein bisschen Highlight nehmen möchte, kann das natürlich. Einmal auf den Wangenknochen nicht zu viel, denn leider Gottes, wer dort schon kleine Fältchen hat, da setzt sich Highlighter leider Gottes gerne mal rein. Etwas auf die Nase, Oberlippe, Kinn. Dann haben wir es auch da schon. So. Und jetzt sind wir schon bei den Lippen. Natürlich nehme ich Lipp Liner. Wie ihr seht, nicht in einem absoluten Nude. Das steht mir einfach nicht so gut. Auch beim Lippenstift. Nehme ich eben tatsächlich ein bisschen Farbe, weil ich sonst zu blass bin. So, ihr Lieben. Und das ist schon das fertige Make-up. Ein bisschen Glow. Immer noch sehr natürlich, auch in den Farben. Ich finde, man sieht so einfach ein bisschen frischer aus, ein bisschen jünger aus, aber eben man sieht nicht zu geschminkt aus. Ich finde es immer ganz fürchterlich, wenn man den Leuten sofort ansieht, wie viel Schicht sie im Gesicht haben. Hier sieht alles wirklich ganz natürlich aus und ich fühle mich so wohl damit und so, finde ich, kann man sehr gut den Alltag bestreiten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Und bis dahin. Tschüss.